Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ja, heute eine neue Folge. Ich bin doch so ein bisschen unschlüssig, was ich heute so richtig machen will. Deswegen gucken wir uns erstmal so ein bisschen um. So, Wahrsager. Sind heute glücklich. Sie werden ihr Bestes geben, um jedem heute gutes Glück zu bescheren. Sehr schön. Königin der Soßen. Tortillas, wie viele von euch verrückten, gerade ein fertiges Burrito aus der Mikrowelle, während sie mit einer Sendung schauen. Schämt euch. Ihr könntet genauso gut eure Bohnen in einen alten Pulslappen wickeln. Hört mir gut zu. Wenn ihr einmal meine frischen rustikalen Mais-Tortillas ausprobiert, könnt ihr nie wieder zurück. Du hast gelernt, wie man Tortillas macht. Sehr gut. Und Wetterbericht für morgen. Wolkig, Windböen den ganzen Tag. Logischerweise für den Winter... Äh, Quatsch. Winter, sag ich schon. Herbst gar nicht so unüblich. Ja, hier ist soweit alles in Ordnung. Außer, dass es hier Mais gab. Der müsste aber mal... Oh. Das muss nur weg. Hier gibt es auch noch ein bisschen Mais. Brauchen wir jetzt noch goldene Mais? Ich muss noch mal kurz gucken. Es geht um die Qualitäts... Ja, wir bräuchten goldene Mais. Ähm... Ich wollte sowieso mal gucken. Hatten wir da jetzt eigentlich schon was voll gehabt? Viermal. Es fehlte quasi nur noch einmal Mais. Okay. Goldene Melone haben wir voll. Geht wirklich nur einmal Mais. Für die Qualitätsteile. Und... Dann können wir uns aussuchen, ob es ein goldener Kürbis... Fünf goldene Kürbisse zusammen werden. Oder halt auch nicht. Müssen wir mal schauen. Hier ist wieder einiges schlecht. Das kann weg. Da werde ich mal hier einfach ein paar Samen mit reinpflanzen. Damit das nicht so leer aussieht. Haben wir eigentlich noch irgendwas mit da? Ja, hier haben wir jetzt nichts Spezielles. Wir hätten noch einmal Pilze. Die könnten wir noch mit sehen. Einfach mit drauf. Dann passt das. So. Und hier haben wir noch einmal Mais, der gegossen werden müsste. Weil der außerhalb vom... Ja, von den Sprenglern liegt. Das machen wir jetzt auch mal. Gut. Und dann würde ich sagen, bereiten wir uns schon mal vor. Wir wollen ja gleich... Was erleben. Sagen wir es mal so. Das kann jetzt rein. Magma-Geo. Die können wir eigentlich dann gleich mal aufmachen. Wir haben noch so viel Zeug, was eigentlich auch weg muss. Außer den Schleim, den behalte ich. Ach, die Holzteile brauche ich noch. Quarz behalte mal. Haben wir eigentlich viel wertvolles Zeug gekriegt, ne? Blaubeere kann weg. Jetzt Tintenzeug kann erst mal weg. Den Rest lagere ich jetzt erst mal so ein. Kann erst mal alles so weit rein. Eventuell, falls wir... Ne, angeln werde ich jetzt erst mal nicht. Ich will heute mal in die Mine gehen. So, als erstes... Äh... Gehen wir mal hier rein. Und schauen mal nach unseren Hühnern. Finden wir auch wirklich alle. Da läuft noch eins. Und jetzt haben wir eigentlich alle drei. Da liegt sogar noch ein Ei. So, machen wir das erst mal voll hier. Eine Kuh. Noch eine Kuh. Okay, das sieht noch sehr, sehr gut aus eigentlich. Ich werde die mal immer noch nicht melken. Das... Da warten wir jetzt noch so einen Tag. Und jetzt können wir eigentlich schon mal losgehen. Ach, da war das letzte Huhn. Du bleibst schön hier drin. Jetzt würde ich erst mal gern, äh, die Geoden aufbrechen. Schauen, was da so drinne ist. Einmal zack und in die Stadt. Ah, hallo Patti. Du bist zur perfekten Zeit aufgetaucht. Hä? Es ist unser besonderes Bestellungsbrett. Bestellungsbrett, äh, Bestellungenbrett. Robin und ich haben es, äh, von Grund auf neu aufgebaut. Ähm, Lewis, du hast nur den Nägel gehalten. Ähm, ignoriere sie. Jetzt lass mich erklären. Seit Pumpenhof wieder im Geschäft ist, hat sich die lokale Wirtschaft wirklich belebt. Infolgedessen haben mich einige der Ortsansässigen nach einer Möglichkeit gefragt, lokale Zutaten für ihre Geschäfte oder persönlichen Projekte zu beschaffen. So kamen Robin und ich auf die Idee, ein neues, besonderes Bestellungsbrett, wo es für die Leute mehr Sinn macht, größere Aufträge aushängen zu können, anstatt bei der alten Tafel von Phobias Laden. Ja, zum Beispiel habe ich vor Hartholz für ein Brett anzufordern, das ich anfertigen möchte. Ich freue mich darauf, euch zu helfen. Das dachte ich mir, ich würde nichts anderes von dir erwarten, Paddy. Haaah. Also bist du dabei? Nun, ich bin sicher, dass du beschäftigt bist, also werden wir dich nicht länger von deiner Arbeit abhalten. Wie immer weiß ich deine Bereitschaft zu schätzen, deine Beitrag, äh, zu leisten. Mach's gut, Paddy. Ey, finde ich geil. Ich glaube, das muss das Patch sein, was ich da gesehen habe, weil bisher kannte ich das gar nicht mit der neuen Auftragstafel. Sollte ich mich irren, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren jetzt. So, ich möchte Geode aufbrechen. Ja, Feuerquartz. Aber ich glaube, vom Feuerquartz brauchen wir jetzt nichts mehr, oder? Da gucke ich gleich nochmal nach. Speisekammer glaube ich nicht, dass wir es da brauchen. Handwerkskammer. Ah, hier brauchen wir auch nochmal für den Winter, um die Brücke dann zu reparieren. Oh, das wird gut. Oh, das wird gut. Aquarium, das ist immer noch relativ bescheiden. Da fehlt uns auch noch einiges. Tresor nur Gold und das schwarze Brett. Okay, gut, da weiß ich schon mal Bescheid. Kann man für andere Dinge erstmal dann nutzen. Braucht hier jemand was? Gunter. Ah, da bringen wir es gleich zu dem. Dann passt das wunderbar. Hallo Gunter, was Neues spenden? Ach, das Rote können wir jetzt auch spenden? Sehr gut. Alles seine Bedeutung hier. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in die Mine, wieder mit unserem neuen Schwert. Und schauen mal, was uns heute hier so erwarten wird. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, dass diese Lohren gehen. Das ist so Hammer. Wir wollen jetzt mal versuchen, noch weiter runter zu kommen. Ich habe natürlich nichts zu essen mit. So wie ihr mich kennt. Ey, so nicht freundlich. Direkt eine Bombe mitgekriegt. Aber man bekommt jetzt auch extrem gutes Gold. Also viel raus. Hat sich wirklich die Spezialisierung bemerkbar gemacht. Beziehungsweise gelohnt, sagen wir so. Teleport zum Hof. Geil! Da können wir ja uns ordentlich Zeit lassen heute. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Werden wir gleich mal überrascht. Oh, das Obsidianen-Swert macht so Hammer-Damage. So, den Anschlag haben wir schon mal überlebt. Ah, noch einen Quarz gekriegt. Weg mit dir ab. Wir sollten vielleicht mal auch bei Gelegenheit nochmal die Abenteurer-Gilde. Da können wir mal gucken, ähm, was wir noch so für Monster jagen müssen. Aber das können wir ja machen, äh, so nebenbei, würde ich sagen, ne? Also dieses Jagen von den Monstern. Da haben wir ja noch... Ja, man muss sich auch schon in die richtige Richtung drehen. Da haben wir ja noch mehr als genug Zeit. Sehr schön. Wieder Harz gekriegt. Also da können wir doch enorm viel von unserem schönen Dünger machen. Da ist wohl mal ein Ei. Heute ist Eitag. Wir essen es natürlich mit der kompletten Schale, sonst lohnt sich das Ganze ja nicht, ne? Sehr gut. Immer treffen die mich hier. Schön Diamant wieder mit rausgekriegt. Oh, hier haben wir noch einige Monster mit. Sehr gut. Ja, momentan läuft es sehr gut. Wieder einiges an Geoden und alles. Das ist ja aber auch immer knütteln wollen hier. Gehen wir mal direkt weiter. Oh, hier haben wir wieder ein neues Gold. Hier unten auch nochmal. Ah, und direkt den Leiter. Ach, wir nutzen erstmal das ganze Gold. Als ob wir das hier verkommen lassen. Es ist zu ruhig hier. Ah, Eisengleich mitgekriegt. Oh, das ist keiner. Einbrecherstecher. Nichts gegen mein Obsidian-Schwert. Ah, ich glaube, das war es dann auch schon. Gleich wieder gemischte Saat. Ich lese immer Salat. Was ist denn da in der Mitte? Also, nichts Besonderes scheint mir. Ja, ne. Nichts Besonderes. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt noch die letzte Leiter kriegen könnten. Aha. Sehr schön. Sogar extra Stiefel. Was sind das für welche? Ähm, nehm mal kurz die raus. Naja. Vier Verteidigungen. Zwei Immunität. Feuerwandlerstiefel. Man sagt, dass diese Stiefel könnten selbst dem heißesten Magma widerstehen. Und das? Das dicken schwarzen Leder. Na ja, ne. Aber wegschmeißen du es trotzdem nicht. Nehmen wir das hier Müll. Moment. Hier haben wir noch Gold. Und das Ei erstmal auch noch. Da können wir nämlich das Quarz hier mitnehmen. Lassen wir doch nicht verkommen hier. Was ist denn hier drüben noch? Oh, hier drüben gibt es auch noch was. Äh, können wir nicht mitnehmen. Da müssen wir wohl doch mal das hier wegschmeißen. Ja, langsam wird es übel, ne. Langsam wird es voll. Oh. Schmeißen wir mal doch die Saat weg. Weltallstiefel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Viel Immunität, viel Verteidigung. Iridium gewebt. Gibt ihnen einen violetten... Oh, da muss man nicht weiterlesen. Nehmer. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder in die 0. Etage. Jetzt können wir nämlich nochmal in die Abenteurer-Gilde gucken. Können wir nämlich, äh... Objekt für den Herstellungsdienst... Gefrorene Geode... Nö. Behalt. Braucht man nicht. Äh, laden. Und zwar würde ich verkaufen. Das. Das. Und das. Rest behalte ich. Jetzt guck ich mal, was hat er denn noch so Schönes? 5.000 haben die einen Wert, die Weltallstiefel. Stahlverkommen. Kritische Kraft. Äh. Also nichts Besonderes, sagen wir es so. Ich wollte sowieso nochmal gucken, wie ist denn das mit den Monstern? Oh, 1.000 Schleime müssten wir eigentlich killen. Bei den Fledermäusen kommen wir langsam hin. Staubgeister. Die anderen werden wir noch erkunden. Aber ich glaube nicht, dass die alle in der einen Mine sein werden. So, da gehen wir jetzt mal ganz einfach wieder hier mit dem Ding rüber. Da sparen wir uns erstmal den Teleporter. Und ich verkaufe jetzt mal Diamanten. Wollen wir die eigentlich auch? Ne, verkaufe ich jetzt einfach mal. Wir werden die wahrscheinlich noch ein bisschen öfter rauskriegen. Das verkaufen wir. Und... Den Rest behalte ich jetzt erstmal. Gut. Dann gehen wir erstmal rein. Also Glück hatten wir. Wir sind jetzt ein bisschen weiter runtergekommen. Ab ins Bett. Na, 1.000 Gold. Allein 750 für den Diamanten. 52 für das Maragd. Also Diamanten sind schon was Wertvolles. Geben gutes Gold ab. 2.022. Was dann so oft der Auftragsdorf ist, da gucken wir auch nochmal. In nächster Zukunft. Aber wir haben jetzt erstmal Tag 7 geschafft. Und wie es dann hier weitergeht. Seht ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Und sage schon mal bis dahin. Euer Party. Und ciao. 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 Ciao.